Wir sind heute mit einem richtig geilen Doktor unterwegs. Und wir haben mit... Danke, DVD, dass du das alles so schön gefixt hast. Zum Übelnde Präsenz, Barbecue und Chili. Einmal ein Disconnect, Tüftler und Überladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen lockerer spielen. Sollte ich zumindest. Da ist die Erste. Da ist der Zweite. Micaela! Da ist die Dritte. Ich hab das schon gesehen. Oh Mann, was machst du denn? Gut, ich mach ja auf. Einmal hier durchlaufen. Das heißt, netter spielen. So wie ich momentan eigentlich spiele, kommen die sowieso alle frei. Ich bin momentan verpeilt, verplant, ziellos und blind. So sieht's aus. Einmal umgetreten, Überladen draufgepackt. Das muss hier irgendwo sein. Komm. So. Nee, so nicht, du. Wenn schon, dann mach's richtig. Okay? So, bitteschön, dein Haken. Jetzt ist die da wieder dran. Was ist denn mit dir? So. Einmal gegen mich. Abgefarmt. Keine Angst, ich tun dir nicht. Aber ich hab' den anderen sogar gesehen. Ich hab' dich gesehen. Was ist denn mit dir los? Ich dachte, ich bin verpeilt. Oh nein. Sind die da jetzt wieder dran? Ja klar. Mikaela. Ob da... Das geht's doch nicht. Das sind alle hier. Fang. Wisst ihr, was die Eigenschaft von Doktor ist? Huh. Ich kann euch schocken. Dann passiert genau das. Du kannst nicht durchs Fenster springen. Aber ich kann dir nach. Ja, toll. Ui. Warte mal. Fürs Blenden musst du richtig zielen. Oh Gott, was hab' ich da für einen Trupp erwischt? Oh Gott. Ich soll... Aber ich bin doch eigentlich sehr locker unterwegs. Dort hinten. Gut, die... Dann guck mal direkt rüber, wer es ist. Ich glaube... Oh, da ist die Mikaela. Der hat noch gesessen, ne? So, die steht jetzt in der Palette. Ja. Das ist die gute Palette. Weg damit. Die andere hängt noch. Die andere hängt noch. Wo sind die jetzt hin? Wo sind die jetzt hin? Hä? Was meinte ich mit... Ich bin blind und verpeilt. Okay. Gut, dann guck mal da rüber. Ach da. Hallo. Hallo? Ich guck gar nicht nach hinten. Warum eigentlich nicht? Mal gucken, ob mir die jetzt in die Arme läuft. Na ja. Nicht so ganz. Ich habe keinen Plan, wo der gerade abgeblieben ist. Das ist kein guter Plan. Ach doch, du hast Halb nehmen. Ja, ich bin noch hier. Also, du bist die, die gerade gehangen ist, ne? Magst du bisschen blinden? Und du bist mir selber angefallen. Bräst du mir alle Paletten. Hab dich. Ich werde jetzt nicht gegen Generatoren drehen. Einfach, damit die doch ein paar Punkte auch kriegen. Oder sollte ich vielleicht doch... Ah. Ich brauche mir auch Punkte. Wo sind die? Sind die jetzt alle im Schrank? Die Palette ist weggenommen. Die ist auch fake. Entweder, die sind im Schrank. Oder sie sind weit genug... ...herbei. Bei mir. Ah. Tüftler. Ich habe gerade keinen Terrorradius. Das ist böse. Oh, ja, 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 ja. Die holen die einfach nicht runter. Da geht auch Tüftler an. Oh Mann, was machst du denn? Warum geht... Was mache ich denn? Die bessere Frage. Okay, ich trete noch nie. Weil er schon so schön weit ist. Ich habe das dumpfe Gefühl, die stirbt gleich am Haken. Die ist definitiv gleich tot. Die ist tot. Na, klasse. Warum? Warum lässt ihr die sterben? Da oben. Ich kann dich doch sehen. Und er gesprungen? Ja, ja, ich bin auch ein bisschen blind. Gut, zwei sind sie noch. Drei Chains müssen sie noch machen. Hinten ist Überladen verkackt worden. Eww. Der Vorteil ist, ich sehe halt in dem hohen Gras nichts. So, bist du hier drin? Nein. Bist du hier drin? Nein. Gut, dann gucken wir mal. Ah. Wenn du gerade aufgeschrien hast und ich dich sehen kann, solltest du laufen. Das ist dumm. Du siehst doch, ich bin hinter dir. Kannst dich doch nicht einfach in den Busch stocken. Gott. Liebe Survivor, bitte nicht. Und die letzte ist dort oben. Oh, klasse. Ich habe gerade keinen Terror-Radius. Mal gucken, ob es die checkt. Nein, sie checkt es nicht. Oh Gott, Mihaela. Was machst du jetzt? Umgeklatscht werden. Ja, Problem ist halt, ne? Die ist erst in der ersten Phase. Hänge ich dich halt auch auf. Ja, Leute. Es war Rang-Reset. Das merkt man ein bisschen. Oh Gott, oh Gott. Die Punkte hier noch ein bisschen schocken. Es tut mir ja zu leid, dass es irgendwie so gelaufen ist. Aber die haben halt die anderen auch sterben lassen. Warum sollte ich dann also jemandem das schenken? Da oben wäre es ja gewesen. Gut, habe ich nicht mehr schließen können. So, dann gucken wir mal, was da jetzt so rausgekommen ist, punktemäßig. Zack, zack. 22.000. Das war in Ordnung. Hier kann man auch. Oh, die hat den pinken Schlüssel dabei gehabt. Und die hat ein Medikid mit Insta-Ele dabei gehabt. Und Kreis der Heilung. Ähm, okay. Hier ist nochmal die Selbstheilung dabei. Joa. Joa, an sich haben sie ja nicht so schlecht gespielt. Hat Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst mir gerne einen Kommentar hier. Oder lasst mir einen Abba da. Da freue ich mich. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.